So, 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 YouTube. Es geht weiter. Wir sind noch mitten in der Diskussion, ob wir Bootstrap überhaupt verwenden wollen. Der Chat flippt aus und möchte Plain Bootstrap. Ich möchte aber ein fertiges Komponentensystem und überlege da deswegen was anderes zu nehmen. Ent oder Material. Gibt es da vielleicht welche? Da müssen wir mal gleich gucken. Nee, okay. Dann anders formuliert. React kannst du eher behalten, aber vergiss das React Bootstrap und nimm Plain Bootstrap. Dann habe ich aber keine Komponenten. Bootstrap findest du aktuell nur nicht gut, weil es den dummen React Bootstrap halt nicht funktioniert. Das kann durchaus sein. Ich sage ja auch nicht, dass Bootstrap schlecht ist, wenn du es Plain benutzt, aber ich will halt einfach was Fertiges. Ich will ja mich jetzt nicht stundenlang, also, ist eigentlich schon wieder, nicht? Ich wollte mich eigentlich nicht stundenlang damit aufhalten. Ich wollte einfach sagen, ein Button, Button, Button und wie er aussieht, ein Theme drüber und gut ist, was ich einstelle, ohne dass ich großartig was machen muss, nicht? Das war eigentlich meine Idee. So kenne ich es von Semantic UI halt. Das war eigentlich immer ganz, ganz praktisch, auch wenn man es halt beim Installieren echt rumfrickeln mussten in den alten Versionen. Nimm Mui. Okay. Gucke ich gleich mal an. Mit Bootstrap und ohne X und X-Drummern wärst du schon fertig. Das könnte sogar sein, nicht? Nimm Plain Bootstrap und deine Daten kannst du ja trotzdem dynamisch einfügen. Gibt es für ein React? Wow. Wir müssen auch noch TypeScript in das Projekt kriegen, ja. Ah, Material UI. Okay. Ah, guck. So. Hier habe ich auch viel mehr Komponenten, nicht, als beim Bootstrap React. Okay. Okay. Not available. Open Snackbar. Achso. Das ist eine Snackbar. Mhm. Okay. Plain Bootstrap nutzen heißt in dem Fall originale Schreibweise statt mit diesem React Bootstrap Mist und deine Daten kommen ja trotzdem dynamisch rein. Ja, aber ich will ja gerade, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich will ja eigentlich genau die Sache so schreiben mit diesem Komponentensystem. Nicht, ich will ja gerade eigentlich das CSS raushaben und gar nicht mich drum kümmern und schreiben müssen. Deswegen will ich ja einfach eine fertige Komponente wie hier nehmen, so einen Slider. Und der funktioniert einfach, indem ich dann meine Daten hier reingebe. Ich will ja keine eigene Komponente machen. Mui finde ich schon gar nicht schlecht gerade. Hat auf jeden Fall viele Sachen. Wir können ja mal anders mal eine Bootstrap-Seite machen, aber ich würde sagen, wir hängen da jetzt schon seit wie viel? Zwei Tagen immer mal wieder ein Bootstrap fest, ohne dass es wirklich Fortschritte gibt. Ähm. Ja. Erstmal rückgängig machen, nicht? Ja. Ja. So. Ich weiß, ich könnte auch sowas wie ein Git-Lokal benutzen, nicht? Dann könnte ich jetzt einfach alles zurückrollen. Ich bin privat so faul, sowas zu machen. Ah. Projekt Bootstrap. Fast die falsche Sache genommen. Reactstrap. Nein. Nein. Hä? Wo ist denn die? Ach, ich hatte es im extra Tab offen. Da. Okay. Komm mal mit Tab. Web. Zu. Komm mal da hin. Da finde ich dich wieder. Bei nur einem Bildschirm ist das echt anstrengend. Das macht einen auch ganz wuschig im Kopf, wenn man nur einen Bildschirm hat. Das verwirrt mich total, immer wechseln zu müssen, weil da hat man nie beides im Blick. Nein, du musst es anders formulieren. Du hängst seit zwei Tagen in React Bootstrap fest, ohne Fortschritt. Ja, okay. Kann auch sein. Die Musik ist durchgängig gut, daher passt das schon. Äh, du kannst unten auf Spotify gehen, ähm, da ist mein Link. Das ist meine 2018er Playlist. Also, ich hab immer so ein, pro Jahr so ein Thema, äh, hört man so ein bisschen aus den Playlisten raus. 15, 16 ist eher so Mittelalter, bei 17 geht das dann eher so auf, ja, ich sag mal Herbstsongs, auch jetzt 2018. Dann geht das eher langsam in Richtung ein paar modernere Sachen und die letzten zwei Jahre waren eher, ja, Lo-Fi oder sowas, ähm, geprägt. Das liegt aber auch daran, weil ein paar Streamer, die ich gerne geguckt habe, die jetzt aber eigentlich nicht mehr streamen, ähm, echt gute Musik gemacht haben, wo ich dann das immer in meine Playlist geworfen hab. Haben leider nur irgendwie aufgehört, nach Corona sind ja dann wieder Events gewesen, nicht? Und dann hauen die natürlich auf ihre Events ab und schon gibt's keine Musiknachschubel mehr. Und das, was jetzt Spotify einem irgendwie im Daily oder im Musik-Friday vorschlägt, das kannst du echt vergessen. Also, die Algorithmen von Spotify könnten nochmal komplett überarbeitet werden. Also, die funktionieren in meinen Augen so 0,0. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens keinen deutschen Gangster-Rap reinkriege. Implementing a Button. Wow. Äh, Mui-Button, Button-Button. Okay, wir müssen eigentlich, glaub ich, nur importieren, nicht? Die Komponenten dürfen fast gleich sein. Ähm, okay. Okay, die haben keine Navbar, nicht? Dann müssen wir gleich mal gucken, was haben die denn als Navigation? Components, Inputs, Data, Feedback, Surface, Utils, Portal, Pop-up, Popper, Modal, Transition, Menü. Okay. Ah, ein Theme-Button. Guck an. Komisch. Okay, aber das ist wirklich ein Menü. Das hier wäre ein Tabs. Auch nicht schlecht. Geht auch schon in die richtige Richtung. Das ist ein Draw. Zeitpass, hier. Ah, okay, das sind genau die, die gerade nicht gehen. Okay, soll auf jeden Fall wieder reinkommen. Das heißt, die haben gerade kein Menü drin. Ich frage mich immer, warum baue ich mein komplettes Menü aus? Oder haben die das noch nicht fertig gehabt? Aber ohne Menü ist das so ein bisschen, ein bisschen sinnfrei. Wenn die Pagination und so. Ist schon alles okay. Hm. Plant. Pagination ist auch Plant. Akkordium Plant. Okay, die haben ein bisschen zu viele Plant-Sachen da drin, nicht? Okay, jetzt verstehe ich erst, was mit Plant ist. Das ist noch nicht mehr implementiert, weil das so neu ist. Ja, das ist blöd. Okay, Radio-Button ist auch Plant. Checkbox ist Plant. Oh. Ja, das wäre schon wichtig gewesen, nicht? Also mit einem Button und so kann ich nicht viel anfangen. Ah. Okay, was ist denn mit Ant? Oder wie das hieß, Ant-React. Ich finde immer mit ihren Demo-Sachen. Ich will doch keine Demo-Sachen. Und hier steht ja nicht, wie man es installiert. Hier steht nur Template TypeScript. Okay, ja, super. And Demo. Ich weiß, dann ladet ihr tausend Sachen runter. Ich finde solche Beschreibungen immer so ein bisschen meh. So, ist ja schön, dass ich dann eure Demo runnen kann. Ah, hier geht's los. Das interessiert mich doch eigentlich erst. Okay, dann können wir das eigentlich auch hier gleich wieder removen. Schade. Aber das ist wirklich bei JavaScript auch, bis man irgendwas hat, was einem in etwa gefällt. Das kann länger dauern, als die eigentliche Programmierarbeit. Genau wie die ganzen... Oh, shit. Hat das trotzdem gemacht? Ich meine, ich habe Remove und Dollarzeichen. Ich weiß nicht, was er jetzt gemacht hat. Machen wir es lieber nochmal. Das sieht doch besser aus. So, jetzt holen wir uns den Button von And D. So, was haben die denn jetzt für Komponenten? Die haben doch bestimmt irgendwo... Komponenten-Overview. Komponent-Library. Wo sind eure Komponenten? Color-Feedback, Data-Entry, Data-Display. Wie komme ich zu euren Komponenten? Also, manchmal machen die heutzutage die Seiten auch unnötig... Komme ich jetzt zu den Komponenten, wenn ich auf Komponenten klicke? Ah, da komme ich zu den Komponenten. Menü ist überbewertet inzwischen. So, haben die ein Menü? Die haben ein Menü. Die haben, glaube ich, auch nur eine Menü-Klasse, die man dann total designen kann. Das lädt ja auch wieder... Wow. Wow. Oh, er hat mal geladen. Ja, das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Kann sogar die einzelnen Sachen... So was will ich nämlich... Also, sagen wir mal so, ich habe ja meine Webseite angefangen zu machen. Die habe ich auch zum Beispiel mit plain CSS und Variablen gemacht, weil ich finde, du kannst durchaus mit CSS-Variablen das meiste inzwischen auch erreichen. Auch dynamische Anpassungen, gerade mit den Animationen und allem, ähm, da kannst du dir auch viel JavaScript und so sparen inzwischen. Das hat auch super funktioniert, nicht? Also, ich habe wirklich fast alles in CSS gehabt und dann erst ein paar Sachen mit React bereitgestellt zusätzlich. Ich kann sogar ein Theme wechseln, ähm, on the fly, ohne dass ich großartig da eingreifen muss. Ja, natürlich nur den Klassennamen global und dann ist alles anders designt. Obwohl, nee, nicht mal musste ich das machen, nicht? Das war noch einfacher. Ich habe so einen Theme-Changer gebaut. Der ist ein bisschen JavaScript gewesen. Und dann war alles nur noch über CSS-Variablen gelöst. Dann auf, ohne Framework. Nee, das wäre fertig. Das wäre durchaus fertig. Das liegt nur auf dem anderen Rechner. Ja, das liegt auf dem anderen Rechner. Ich weiß nicht, ob ich es hier rübergezogen habe. Ich glaube noch nicht. Projekte 2024. Ich habe nur die AI-Sachen jetzt drauf. Da muss ich nochmal rüber. Na, ich wollte nicht die ganzen HDDs in den Rechner einbauen. Und ich wollte auch von den HDDs die Sachen eigentlich mal runterkopieren. Aber HDD und runterkopieren. Das ist so, nicht? Das ist so 1980. Welches nehmen wir denn jetzt? Sehen alle irgendwie gut aus. Ich würde das hier, glaube ich, erstmal nehmen. Das gefällt mir am besten. Ja, so kenne ich das. Genau. Das kommt echt dicht an Semantic-UI-Ram, muss ich mal sagen gerade. Erstmal kopieren. Danach passen wir uns das an. Root-Submenü-Keys. What? Wo kommen die her? Ach, da oben. Wir gucken dann mal, was die da machen. Ich finde das in diesen Code-Editoren ein bisschen schwierig manchmal. Was ist das? Setting Outlined. Wo kommen die denn her? Von Icons. Wo kommen die Icons her? Sind die hier mit drin? Werden wir sehen. Mal gucken. Hab ich nämlich nicht. Das Icons. Ja, was ist Icons? Gut, wir machen erstmal ohne Icon. Das müsste ja auch so gehen. Wahrscheinlich brauchen die aber Null nicht. Na gut. Ja, okay. So. Mal gucken. Das wäre die Navigation. und dann hatten wir noch was im Theme-Switcher, nicht? Hier ist noch Bootstrap. Haben wir den Button. Hier war nichts mehr drin. Die Stores sind auf jeden Fall fertig. Irgendwo habe ich noch irgendwas vom Bootstrap gehabt, nicht? In der Index. Die beiden Sachen können raus. Okay. Na dann. Achso. Ja, den Websocket neu starten wäre auch clever, nicht? Ich muss sagen, auf Arbeit habe ich mir vieles und auch die private Webseite habe ich auf Rollup umgestellt. Das Einzige, was mich da genervt hat, ist, dass ich kein Hot-Swap habe von den wenn ich irgendwas ändere. Okay. In Audio und Video ist das drin gewesen. Okay. Button und Stack. Wo habe ich denn Stack gehabt? Okay. Button. Dann brauchen wir was, was Stack ersetzt. Was könnte denn das sein? Cascader? Was machst du? Ne. Ah, das ist ja auch. Das ist ja cool. Das ist ein cooles Element. Das hat der Semantik auch, aber sowas hier nicht. Hat ein paar schöne Sachen. End. Color Picker, Date Picker, Input, Form, Input Number, Mentions. Was machst du? Ach so, hier mit Add oder so. Ah, okay. Add Zombie. Aha. Radius Select Slider Switch. Was macht ein Switch? Ach so, ein Toggle. Transfer. Oh, ah, cool. Sowas habe ich von Hand mal nachgebaut, aber für wesentlich komplexere Elemente. Ich meine, was wir auch noch machen können, also meine Webseite, die hängt ja nur daran, dass ich jetzt einen Node Backend Server haben möchte. Da werde ich jetzt zum März weggehen. Wenn jemand einen sehr guten Hoster hat, wo man einen Node Server laufen lassen kann, der nicht so viel kostet, am besten so 40 Euro im Jahr, das wäre okay. Ich weiß, es schwer zu finden. Und dann gerne raus damit. Gerne auch einer, der eventuell mit NVIDIA Grafikkarten und AI Berechnung anbietet, die man dazu buchen könnte. Ich frage ja nur mal so. Und in dem Rahmen kümmern sich dann die Webseite und wie die aufgebaut ist angucken. Ich meine, das ist auch schon ein bisschen aus der Mode, aber ich habe das so aufgebaut, dass ich einfach jegliches also ich habe ein Framework quasi, um Module zu schreiben für meine Webseite und dann kannst du auf React Basis die Module schreiben, innen drin machen, was du möchtest und dann lade ich einfach deine React Module als mein Modul in meine Webseite rein. Das dachte ich mir, ist ganz clever, damit ich so die einzelnen Seiten quasi als eigenes Modul schreiben kann. nicht einfach nur um zum Beispiel Sachen darzustellen, das sollte schon ein bisschen komplexer sein. Das hat auch ganz gut funktioniert alles. Das war auch alles von Hand und von unten alleine aufgebaut, ohne dass so tausende Importe notwendig waren. Hätte ich hier vielleicht wirklich auch machen sollen, dann wäre ich schon fertig. Noch was oder war es das schon? Nö, eigentlich Node Backend Server und GPU Berechnung für AI Sachen zur Not. Das wäre eigentlich alles und so günstig wie möglich halt. Also ich hatte hier irgendwo einen Hoster drin, wo hatten wir den denn? Irgendwie hier bei Kram hatte mir irgendjemand mal gesagt, ich weiß nicht, ich glaube hier, das da, einer von den beiden, der hier hat glaube ich ein Node mit drin, das ist A2 Hosting, aber der hat glaube ich keine Grafikkarten, also das habe ich gemacht bevor ich das wusste, nicht? Ja, ja, iConsent, ihr könnt alles haben. Der hat hier Node 12, 14, 16 in dem Paket halt mit drin. Das wären 5,99 Dollar aber halt. Ich habe mir für 10 Euro im Monat einen von Strato geholt. Strato kann kein Node-Server. Ich bin bei Strato, können die nicht, habe ich nachgefragt. Also, vielleicht wenn du ein, nicht, also nicht in einem Web-Paket, vielleicht wenn du einen selber maintainenden Server hast, aber ich will keinen selber maintainenden Server. Ich war eigentlich so ein, ja, wie heißen die, Managed Server oder so. Ja, da habe ich keine Zeit für. Wenn ich keinen Job hätte, wäre das was anderes, nicht? Aber das ist ein Fulltime-Job, sich um alle Sachen dann zu kümmern. Das kriege ich nicht hin. Ich kriege ja gerade mal Stream hin. Das ist halt, dann könnte ich nicht mehr streamen. Dann könnte ich das alles machen. Wow, funktioniert ja gut. Und bei denen gab es auch irgendwas, wie hießen die hier? Net Cup. Ja, wow. Null. Die hat nämlich auch Node und Ruby sogar mit dabei. Die kosten 6,52 im Monat, nicht? Ach, sind? Was sind das? Das wären 78 Euro. Das ist ein bisschen mehr, als ich halt ausgeben wollen würde, nicht? und die haben alle sicher keine GPU-Sachen dabei. Das ist viel zu neu. Ich glaube, da muss man echt zu so einem Spezial-Hoster gehen und der nimmt richtig viel Geld. Das Problem ist halt bei mir, ich brauche halt Jahre, um irgendwas zu schaffen und deswegen darf es nicht so teuer sein. Ja. 120 für einen Strato, von Strato geht doch. Pro Jahr? Wäre mir zu teuer. also wie gesagt, mehr als 50 will ich dafür nicht ausgeben. Den Rest schaffst du schon. Du, ich kenne mich. Ich weiß, dass ich bin da sehr phlegmatisch, nenne ich mal so. Aber es liegt auch nur daran, dass ich, weil ich nebenbei arbeite, nicht? manchmal habe ich halt einfach die Phasen, wo ich mich im Monat nicht aufraffen kann, privat was zu machen und dann weiß ich, aber ich zahle für den Server. Das tut mir einfach weh. Es tut mir jetzt schon weh. Ich habe ja bei Strato den Server nur noch, um meine Domains zu halten. Was? Tour? Tour klingt auch interessant. Ah, nicht schlecht. Interessante Elemente. Hier, Draw. Was machst du? Ach, bei denen ist ein Draw sowas. Alles klar. Skeleton. Aha. Lädt der noch oder ist das das Skeleton, nicht? Das soll das sein. Okay. Affix. Keine Ahnung, was Affix sind. Okay. Stick it to a viewport. Ah. Okay. Ach so. Wow. Affix Bottom ist ja richtig gut platziert. Okay, dann kriegst Also Affix finde ich nicht so schön das Element. Ob Message, ob Modal, okay. App, App, my page. Ah, hier, Config Provider Theme, nicht? Genau sowas habe ich gesucht für Bootstrap React. Okay. Da gucken wir aber gleich rein. Ich will jetzt erstmal die Seite wieder zum Laufen kriegen. Was ist denn am besten segmentet, nicht? Nee, segmentet ist nicht genau das, was ich gesucht habe. Ein Segment ist nämlich bei Semantic UI so ein großer Container. Data Entry Navigation nicht. Space, was ist Space? Card, okay, ist wirklich Space dazwischen. Ah, die haben auch Layout. Sowas habe ich zum Beispiel gesucht. Das, das hier habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Das war bei React Bootstrap nicht zu finden. Kannst du nämlich einfach hier das Layout machen und der kümmert sich um alles für dich. Mann. Okay, end ist es. Mal gucken, ob es klappt, aber ich bin halt einfach zu faul, das von Hand zu schreiben. Für dieses Projekt, sagen wir es so. Für meine Webseite habe ich es ja gemacht, aber hier für Okay, Float Button, Button, Pagination, was Steps? Steps sind so oben die Dinger, das habe ich auch schon mal selber programmiert auf Arbeit. Ja, sowas hier habe ich gemacht. Drop Down, Breadcamp, Anchor nicht, Autocomplete nicht, Cascader, hatte ich schon mal gar nicht, das waren die die Dinger. Das sind Dateneingaben, das muss also irgendwas hiervon sein. Ich will eigentlich nur einfach nur so ein Billow-Element. Hier eigentlich will ich dieses Ding hier, das ist eine Card wahrscheinlich bei denen, aber eine Card hat immer unten ein Ding mit dran. Simple Card, okay, Simple Card ist das, was wir suchen. Das ist Wow, hier geht erstmal voll die Nase auf. Transpiring Modules in 3D, jawohl, dafür. Okay. Wo versteckt sich das hier? Okay, ist einfach nur einfach nur Card, ohne irgendwas. Okay, wow. Kann man hier einfach CSS sich angucken? Ah, hier, da ist es, das ist doch viel besser. Das will ich doch als erstes haben. Okay, das heißt, die anderen Karten, die sind Hoverable und die hier sind zum Beispiel wahrscheinlich der mit Title und sowas. Alles klar. Dann machen wir hier einfach nur eine Card raus. dann könnten wir aber auch sagen, das Ganze ist einfach nur eine Card. So. Und jetzt müssen wir die beiden noch trennen. ich glaube, das hier passt am besten. Card Meta. Okay, Cover. Ich will eigentlich oben den Button haben und unten dann das Element oder so. Beziehungsweise mehrere Inputs geklustert. Ich glaube, das ist nicht genau das Element, was ich suche. Das ist jetzt immer das Schwierigste, nicht? Jetzt hat man so viele Sachen. Das ist ein Tag. Das ist nur irgendwas. Okay, ein Tag ist ein Tag. Das Tree, wahrscheinlich ein Baum. Naja. Den zu implementieren macht am meisten Spaß. Das habe ich auch schon mal gemacht für eine ASN1 Struktur. Das geht super easy, nicht? Ein bisschen Rekursion und bam, fertig. Statistiken, QR-Code, vielleicht eine Liste irgendwie, die wir auseinander nehmen. Ich glaube, Liste passt ganz gut. auch noch nicht hundertprozentig das. Eigentlich bräuchte ich so eine Art Segment, wo unten ein Button in der Karte ist. Vielleicht Descriptions? Ich glaube, da müsste man sich jetzt erstmal in den Design Guide von denen reinlesen, was die sich dabei gedacht haben, wann man welches Element benutzt. Das steht hier auch drüber. Unsere Detail Page. Display Multiple Read-Only Field and Groups. Okay. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Collapse nicht. Was? Karussell? Was, was sich rotiert? Ah ja, okay, sowas. Batch ist dann mit irgendwelchen Dingern dran. Und Avatar sind irgendwelche Bilder. Das sind ja nur Datensachen. Ich kann mal gucken, was ist hier bei, vielleicht ist das auch eine Form. Ich mag Forms eigentlich nicht. Ich finde die nicht so geil. Okay, Form. Ich habe etwas anderes im Kopf, aber ich glaube, ich nehme eine Form. Ich brauche eine Card, die unten als zweites Feld einen Submit Button hat. Also, es wäre das schönste, wenn ich das hätte. Bei den Card ist es nicht dabei. Aber eigentlich sowas, wo der untere Teil oben ist und der untere Teil einfach als Button komplett ist. Klar, kann man sich auch selber machen, aber ich dachte, es gibt es fertig. Hier, so, da, das könnte ich nehmen als Vorlage und dann mache ich mir daraus eins. Es sind zwar drei Button, aber das wird man ja hinkriegen. Actions, ah, okay. Ja, dann brauchen wir da nur eine Action. Stylen kann man die ja später ich bin ja, dann würde ich das okay, dann bräuchte ich eigentlich nur um Action einfügen, da mein Button rein, dann haben wir es schon und die drei Sachen oben, die könnte ich dann in eine extra Komponente wie eine List oder so packen. Okay. Achso, aber das sind immer ihre komischen komischen Icons, aber das kann doch auch ein Button sein, oder? Okay. Video fehlt noch. Ne, nicht Video, Video Creator, nicht? Da ist noch Bootstrap drin. Mich das gleiche. Hier bräuchte ich sogar ein bisschen was anderes. Oh, ich habe den Button gelöscht, kann das sein? Ja. Okay, hier habe ich nämlich noch ein Bild runter, äh, nicht ein Bild, hier habe ich sogar noch ein, aber gut, das Video könnte ich extra darstellen. Dann mache ich oben eine Card. Äh, wo war es? hier. Erstmal, erstmal rein machen, nicht? Schön machen, später. Erstmal muss es wieder funktionieren. So, was fehlt ihm jetzt noch? In Functions, oh, in Functions? Und da in was? In Functions, in kommen. Ah, hier habe ich eine Form. Ah, das ist ein kontrolltes Input-Feld. Stimmt ja, ich habe da ja einen Hook draus gebaut. Schön machen, gleich nie. Was? Ich habe, was? Hallo? Hallo? Ich höre ich gerade nicht. Das ist so ein Rauschen, habt ihr das auch? Was brauchen wir denn? Form, ein Label und ein Input mit Control. Gibt es hier Controlled Input, Text Area, Search Book, Prefix, Passwort with Clear Icon, Exceeded, Borderless, Posttabs, Large Size, Basic. Okay, dann machen wir Basic. Das wäre Basic. Value and Label, okay. Aber das Ding an sich kriegt nichts rein. Default Value, okay. Ja, da müssen wir unten gucken. Da muss ich ein eigenes Input aus den Sachen zusammen knüppern. Okay, hier, da sind doch die ganzen Sachen Borderless. Und dann drumherum die Form machen. Import from end, das kommt weg. Form heißt wahrscheinlich auch da so. Ja, die wird nur anders zusammengebaut, den müssen wir danach gucken. Borderless wollte ich nicht, ich wollte aber Default Value. Wahrscheinlich haben die auch Placeholder, oder? Ja, okay. Dann brauche ich gar nicht weiter gucken. Type Description. War das die Default Value? Ich glaube, ich ne, das war die äußere Beschreibung. Was war denn? Die Value. Hatte der überhaupt eine Value? Ach da, Value, 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 achso, die Sparke. Und wieder selber aufs Glatteis geführt. Okay, Value, hier oben drüber ist er ja, weil das Form Control ist. So und On Change, hat der auch einen On Change? On Change hat der auch, sehr gut. Funktioniert ja relativ gleich. Und danke Sinli Usern. Bei mir gibt es eine Garantie, dass ich den Benutzernamen falsch ausspreche. Und dann willkommen. Danke für den Follow. Hier kriegst du auf jeden Fall ungeplantes Programmier Chaos mit sehr viel Rage auf die ganzen verschiedensten Frameworks, nicht wahr? Irgendwann werde ich alles können. Spätestens, wenn ich tot bin, dann kann ich alles. Form Beispiel. Ich glaube, ich mache mir das Leben auch manchmal einfach so schwer, weil ich halt nie in irgendeiner Firma war, die großartig Sachen so, oder Wert drauf gelegt hat, dass Sachen ja, in gewissen, einer gewissen Form entsprechen. Nicht? Also, dass man da irgendwie sagt, es gibt so eine Art Guide, das und das muss gemacht werden, irgendwie ist immer jeder alleine kämpft, einfach seine Projekte fertig zu kriegen und sowas finde ich immer ein bisschen schade. Auch wenn alle nett sind, nicht? Aber irgendwie Unfinished Fade, Unfinished Wir wollen ja gar nicht absenden, Basic Autocomplete ist Off Initial Values Remember Okay. Wir machen das mal einfach alles weg und gucken dann. So, jetzt kann er zumindest bauen und das sieht doch zumindest schon mal nach etwas Funktionierendem aus. Also grundsätzlich erstmal irgendwas da. Das passt ja schon mal. Okay, dann müssen wir ja gut den Team ja komm wir machen das mit den Team heute noch. Das ist eine halbe Stunde das kriegen wir hin den Rest am Morgen und dann müssen wir auch wieder anfangen ein eigenes AI Modell annähern zu lassen nicht? Also ich habe ja Speechless oder wie das hieß installiert und dann müssen wir mal gucken ich will meine Stimme ja mal selber synthetisieren und dann noch ich habe einen USB Stick habe ich heute noch nicht gemacht aber das kann ich morgen machen wir haben noch 30 40 verschiedene Modelle und Loras hier drauf die wir wieder ausprobieren können ich habe ganz viele gefunden für Häuser kreieren und andere tolle Sachen teilweise einfach nur welche die Moos generieren dann kann man sagen in dem Bereich mache Moos und sowas das will ich unbedingt dann ausprobieren aber das kostet halt immer viel Zeit aber könnten wir uns morgen oder übermorgen angucken wäre eigentlich eine coole Sache habe ich wieder Lust drauf mal ein bisschen was was anderes da machen gestern haben wir gespielt heute und morgen dann programmieren und dann übermorgen können wir uns ja Bilder generieren nochmal machen und dann ist Freitag Samstag Sonntag und dann können wir da wieder erspielen ich glaube das passt ganz gut wenn es auf Arbeit auch nicht so anstrengend ist das ist immer so die Sache bei wenn ich wenn ich am Tag ein Meeting habe ist alles okay aber wenn du halt 18 Meetings hast oder 8 Meetings oder nur 2 Meetings die aber 8 Stunden gehen heute zum Glück nur eine dreiviertel Stunde da merke ich richtig wie ich aufblühe und auch Lust habe privat noch was zu machen aber sobald ich da irgendwie 3 Stunden labern muss geht meine komplette Lust an dem Beruf einfach verloren obwohl das nicht mal so rum geht es denn da inhaltlich auf Arbeit oder hier ich weiß gar nicht was im Team reinkommt werden wir sehen auf Arbeit DNA oder so nicht aber ich kann ihn eigentlich noch weiter nach außen packen in das Index wäre noch besser oh nein jetzt habe ich das hat das falsche so ok was kann Enzym rein also grundsätzlich sind das halt ja React Apps mit Elektron nicht das kann man halt im großen und ganzen sagen deswegen mache ich es die ganze Zeit weil wenn du es den ganzen Tag machst dann hast du es so im Kopf dass es halt viel einfacher ist man hat es gesehen bei Redux nicht das hat mich jetzt wie lange habe ich mit Redux gebraucht die Sache zu machen 10 Minuten 15 davor habe ich drei Stunden versucht mit dem anderen rum zu hantieren das ist immer aber das liegt dann auch immer an diesen Dokus nicht man ist halt von dem einen gewöhnt das geht so 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 aber er erklärt nicht dass er so 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 macht weil wenn man bei dem das lernt dann merkt man dass es so so geht aber wenn du von so kommst ist es schwer von so 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 zu springen also ihr wisst was ich meine also schwer halt manchmal Konzepte von einem anderen Thema zu verfolgen wenn man ein anderes veränderlicht hat nicht also zum Beispiel ich könnte von React ganz schwer auf Angular wechseln obwohl ich Angular an sich interessanter finde weil du Model View Control machen kannst MVC oder so das kannst du bei React bedingt also kann man schon hinbekommen aber ist nicht spaßig und arbeitet auch ein bisschen gegen das Konzept von React weil React in sich eigentlich Model View Control vereint so ein bisschen das ist halt einfach eine andere Herangehensweise nicht und das ist halt echt schwer dann erstmal in das andere Konzept rein zu kommen wieder immer Spezialaufträge inzwischen also es ist alles sehr speziell es ist eine riesige Anwendung nicht das ist das ist glaube ich auch das Problem warum es keinen Spaß mehr macht du arbeitest immer wieder in der gleichen Sache und du änderst immer wieder die gleichen Sachen weil es gibt das sind so die Probleme es gibt halt keinen der sich auf Kundenseite und auf der Seite von uns für das Produkt verantwortlich findet richtig und dann so ein bisschen problematisch ähm das Ziel zu fokussieren nicht das was ich gesagt habe ich weiß gar nicht wo ich hier hin will gerade und deswegen suche ich so lange wenn ich wüsste ich suche jetzt das und das so wie bei der Karte nicht ich wusste ich will so eine Karte haben dann ah dieses Element dann mach ich das und das dann geht das so dann muss ich nur herausfinden wo es ist aber wenn ich nicht weiß oh was will ich links haben was will ich rechts haben was will ich da haben ähm dann dann bin ich so ein bisschen lost nicht ich brauch halt immer so ein so ein Leitfaden so einen roten Faden wo ich hin will und aktuell gibt's den nicht auf Arbeit das ist halt einfach nur naja wenn irgendwas schief geht dann wird's repariert so weil irgendein Backend System sich ändert oder so und das ist irgendwie äh semi spannend nenn ich's mal so ich mein gut ist ich kann mich nebenbei über AI gerade informieren weil ich find das ist glaube ich für die nächsten Jahre wirklich ein sehr wichtiges Thema wenn man sich gerade mal anguckt wie viele Leute entlassen werden im IT Bereich das ist nicht gut äh hier heute gerade wieder ähm Epic nicht nee nee nicht Epic äh wie heißt so die andere doofe Engine Hersteller mit der hässlichen Engine Unity will auf 1200 Mitarbeiter runter oder so das sind wie viel 40% Entlassung oder so das war doch ganz schön viel gerade ich guck mal das hat Maurice Weber vorhin äh gepostet oder repostet er hat's ja nicht erfunden die Nachricht ähm Maurice Weber Unity 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 genau Unity feuert ein Viertel seiner Leute weil natürlich wieder die Belegschaft ausarbeiten muss was die opulenten bezahlten Chefs vor Bock kam aber hey Hauptsache die Aktien steigen ähm 25 Office Workforce oder 1800 Jobs werden da weggestrichen nicht also das ist schon schon großer Faktor bei Unity liegt das nicht an der AI natürlich liegt das nicht bei Unity an der AI aber ich sage dir intern wurde diskutiert die 1800 Mitarbeiter auch mit der Begründung dass es gerade schlecht läuft loszuwerden um dann weniger neue einzustellen die dann aber eher an AI Sachen arbeiten um die Sachen zu automatisieren gehe ich würde ich meine Hand ins Feuer legen aber ich glaube das sollte also es klingt zwar doof aber ich glaube das sollte jede Firma machen ich glaube jede Firma die sich keinen AI Spezialisten jetzt holt jetzt um am Zahn der Zeit mit zu bleiben ja wird echt eine schwere Zeit kriegen so doof KI und AI noch die nächsten 10 Jahre sein wird aber du kannst du hast jetzt die einmalige Chance günstig ja für jetzige Verhältnisse noch günstig Leute mit Wissen aufzubauen die sehr viel wert sein werden später Automatisierung schafft Potenzial und Kapazitäten für Neues es geht immer irgendwie weiter richtig genau nicht also Industrialisierung früher haben die Leute in Fabriken die Sachen geknippert heutzutage sind das gut bezahlte Roboterwartung Jobs ja also war einfach auch das Wissen und die Ausbildung höher qualifiziert ist also kriegen die Leute auch mehr nicht das ist natürlich ein Problem für die Dienstleistungsleute wo es keine Aufwertung der Jobs geben kann nicht also du kannst Service irgendwann nicht mehr besser machen da hast du eigentlich irgendwann einen Cap erreicht gerade für das Alltägliche kannst du nur einen gewissen Service überhaupt leisten zu einem gewissen Preis und deswegen bleiben die Jobs da so niedrig oder die Preise da so niedrig oder die Gehälter und das ist ein Problem für die natürlich deswegen wird das keiner mehr machen deswegen sind ja auch wegen Corona alle aus diesen Jobs geflohen und haben woanders was gefunden ist ja auch kein Problem nicht es geht halt wirklich immer irgendwie weiter egal für wen für den Arbeitnehmer oder auch für Firmen und das war schon immer so ich meine sonst werden die Menschen ausgestorben und spätestens wenn ein System nicht mehr funktioniert stürzen die großen Leute zuerst die kleinen die müssen gar nicht so viel von dem ganzen Mist dann quasi ertragen nicht wenn das zusammenbricht da gibt es vielleicht mal einen Ruck aber ich meine dass es kein Essen mehr gibt oder kein kein Wohnraum selbst im Krieg oder nach dem Krieg hast du Wohnraum auch wenn er nicht gut ist auch während des Kriegs hast du theoretisch Wohnraum auch wenn er nicht sicher ist nicht also sagen wir mal so bei solchen Geschichten da kommt man immer zu Rande wer aber zuerst exekutiert wird ist auf jeden Fall der Präsident also der will ich da nicht sein oder der Kanzler in dem Fall wenn irgendwie sowas mal passiert von daher mach ich mir ich mir sowieso keine Sorgen nicht mir ist das drumherum alles so egal und ich sag euch das ist so stressfrei gar nicht an sowas zu denken was da draußen passiert ich hab heute ein bisschen bei Drakon zugeguckt über was die sich Gedanken machen da auch im Chat das ist so anstrengend da kriegt man richtig depressive Vibes einfach nur das alles so 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 ist wie es ist davon will ich gar nichts mitkriegen einfach entspannt bleiben genau auch eine Kündigung kann eine Chance für Neues sein richtig aber als introvertierter Mensch erstmal dahin zu kommen in diese Gespräche zu wollen das ist gar nicht so leicht nicht ey aber ich hab schon jemanden angeschrieben immerhin muss ich nur nochmal antworten jetzt ich hab schon eine Rückantwort heute da wollen nochmal Sachen wissen erstmal klein anfangen erstmal so ein bisschen reinfragen nicht in das ganze Thema und wenn man dann motiviert ist weil man irgendwas in Aussicht hat dann ist es glaube ich auch ein bisschen leichter sich dem Ruck zu geben den finalen theme genau ich wollte gucken was in theme reinkommt und dann habe ich ein monolog angefangen und scroll hier seit einer halben Stunde herum weil irgendwie auch theme gar nicht definiert ist hier okay config provider deswegen weil der hier definiert ist examples wo ist in der theme example theme hier das wollen was theme prop das reicht mir erstmal so theme data da komm einfach so als beispiel nicht okay das kann man so mit geben aber nur wenn man typescript hat so steam ist da unten in der mitte wo wo steam warum steam ich habe schon wieder vergessen was ich gesagt habe nicht glaube ich config provider theme okay hier beim witzigen theme ach theme steam ach du kannst mich doch nicht so verwirren du weißt doch genau wie mich das verwirrt data color wo kommt jetzt data wieder her data kommt aus set data aus default data okay aber kann ich nicht ein theme über namen eingeben ich werde nicht überall die daten reingeben müssen nicht also kann ich auch abspeichern anstatt einen namen aber es wäre doch clever einen namen abzuspeichern und einen ziehen dazu anzulegen ich glaube da müssen wir uns nochmal ins theming ding ein ein lesen design token okay okay wie die angewendet werden eigentlich brauchen wir denn nur hier den den nicht mal was davon wir brauchen ja einfach noch weiter oben was theme config es kann doch aber nicht sein dass ich da alles da drin sieme wahrscheinlich kann ich über irgendein design token noch was setzen okay das ist halt da drin styling inline das wieder sieme okay äh t and die sieming wir suchen uns einfach das tutorial hier drüber okay in version 5.0 wir provide a new way to customize themes different from lessons and css okay switching theme dynamically okay multiple themes okay okay config bravo now take effect on static methods okay okay also man kann sein eigenes design system kaputt machen im config provider weil er auf dem standard rack doom renderer basiert mit wow okay aber klar wie willst du das machen wenn du von der klasse irgendwie ableitest allgemein dann oder irgendwas implementierst dann hast du es halt an der backe ja okay das können wir global anpassen preset algorithm 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 heißt das natürlich beim theming gebe ich natürlich als parameter algorithm theme dark algorithm rein ah klar so habe ich das erwartet das ist ja eine logische benennung hätte ich hätte ich auch so benannt aber klar ich habe auch probleme sachen namen zu geben habe ich ja vorhin gerade gesagt aber algorithm da hätte ich jetzt eher irgendwas mit also sonst was gedacht das ist ja kein algorithm also da hätte ich design oder design name name das klingt ein bisschen das klingt wie hier nicht hausmeister sondern facility manager nicht klar bist du ein facility manager aber du bist auch hausmeister also bist du auch einfach nur ein theme name oder theme token oder wenn sie hier in ihrem token system sein wollen oder sowas bisschen hochgestochen nicht okay aber dann können wir doch das hier jetzt hier in diesen theme switcher packen und zwar in den stellen indem wir hier die default themes nehmen haben wir auch light weil der hat jetzt hier nur dark okay dann kann man einzelne sachen überschreiben ist natürlich gut gemacht nicht also grundsätzlich gar nicht gar nicht schlecht ja das haben wir ja ich hätte gerne eine liste von themes jetzt äh seed token theme oder von algorithms da es gibt es gibt nur dark und kompakt okay dann gibt es halt nur die beiden nicht also okay dann nehmen wir es kompakt kompakt dark und default so und default wird dann ja was wird denn ein default wenn wir gar kein default haben ups na es gibt wirklich nur die beiden okay ich brauch gar keinen null reingeben nicht reset ziehen wir denn nix und dann müssten wir hier sagen dass die default data weg und das wäre dann store punkt get state punkt ich hoffe ich muss kein subscribe da noch drauf machen type string ja aber es ist doch nicht type string woher will er wissen dass das type string ist okay was da steht okay ähm in dem fall null kann er es nicht wissen ahaha okay also theoretisch könnte ich jetzt das theme wechseln aha es macht auf jeden fall was cannot reap properties of undefined in in theme switch habe ich es nicht importiert ja deswegen ja okay ähm das ist blöd wie nennen wir das denn dann theme ich könnte es auch anders importieren aber dann machen wir hier theme algorithm wenn sie es so nennen nicht weinwitz wegen theme ja angst hat noch nie weiter gebracht das habe ich noch vergessen vorzulesen nicht ja das stimmt deswegen bin ich da wo ich bin nur ich bin viel zu in echt viel zu schisserhaft aber das werde ich auch in meinem leben nicht mehr ablegen deswegen gehe ich auch nicht raus nicht ich habe habe da einfach keinen spaß update import so jetzt aber aha aha okay grundsätzlich macht er irgendwas aber ja es kann scheibenkleister das ist nicht serialisierbar mehr kann ich das ausschalten äh man konnte auch irgendwie sagen redux äh serialisable oder okay wir machen es wir machen es anders okay es wird doch ein string aber ich habe vergessen ja das ist der bessere weg bevor ich hier irgendwelche sicherheitssachen wieder ausschalte machst du auch einfach richtig okay dark algorithm compact algorithm werden halt wieder strings default wird null und dann müssen wir in den index dann holen wir uns dort das sieben und wenn das sieben ähm okay wir müssen das einmal speichern ähm kunst sieben gleich das also wenn das sieben vorhanden ist dann machen wir also wartet sieben algorithm sonst überlagert sich das die ganze zeit dann sieben und dann greifen wir so drauf zu ansonsten null so sieben importieren wir und da meckert der und hier meckert der so jetzt aber ich frage mich gerade warum da oben ach so okay da sind noch irgendwelche buttons die ich nicht nicht bedacht habe aber irgendwie macht der nix okay müssen wir nochmal gucken aber grundsätzlich können wir das aus dem store holen wahrscheinlich muss ich hier halt noch muss ich es halt doch erst in dem äh in der app machen weil ich dann connected bin könnt ihr mal gucken was gibt da aus wahrscheinlich nämlich nix ja der ist nicht connected ähm ich könnte natürlich jetzt auch einmalig redux store get state äh bei der hier ist nämlich dann connected ah ja okay ja natürlich hier ist ja erst der store nicht wie soll ich auf den store zu greifen wenn er hier erst ist ich kann es nur da drin machen alles klar das heißt aber auch der config provider mit einem kann auch erst drin hinkommen na klar alles klar nervig aber hätte man vorher dran denken können warum habe ich nicht vorher dran gedacht weiß ich auch nicht aber dann sind wir hier auch in einer besseren situation ah ich liebe es dass es auto format hier gibt ok ändert sich immer noch nicht ich weiß auch gar nicht warum der hier so viele button hat die sich jetzt ändern wahrscheinlich weil weil das ding hier anders funktioniert im team switcher mit der form oder wir haben ja gar keine form wir haben hier in die vorziehen button wir haben drop down dark drop down alten kompakt ok wir machen das mal noch in noch in einen schönen end drop down rein ähm wo sind die ich pack mir das hier mal direkt weg drop down da eigentlich so eins nicht welches ist das das ist das 1 2 3 4 5 das sechste das fünfte 1 2 3 1 2 3 3 4 dann das hier und da kommen immer da buttons hin und da kommen menü props hin die ich noch gar nicht weiß ich würde die button da einfach jetzt so erstmal da rein werfen das kann halt auch weg das macht es auch lesbarer ich mag die ganzen das div kann auch erstmal raus der button muss auch nirgendwo hin zeigen ah besser ok wir haben jetzt drei dinger die vorziehen kann sogar weg ist sogar doppelt das kann weg immer schön wenn so eine komponente einfach zusammen fällt was was stört ihn achso die funktioniert so nicht die darf nur ein element entgegen nehmen was machen denn menü props items 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 on click ok da müssen wir es halt doch so machen hätte ja sein können dass man es einfacher hinkriegt icon wir haben keine icons für unsere button erstmal nicht wir haben auch erstmal nur drei einträge und on click ist dann set theme achso aber wie wo holt er sich seine informationen vom theme namen her hmmm über den key vielleicht könnten wir da rankommen nicht dann ist der key klick um menü item klick um menü item klick um menü item so okay dann müssen wir gucken wahrscheinlich target punkt ähm key oder so was Hätte ja mal einfach sein können. Okay. Und Space und das wieder Okay. Ach so, das steht da. Das ist das. Key 1, ja. Key 2. Key 3. Okay. Das heißt, jetzt nehmen wir die Sachen. Habe ich die noch? Habe ich noch die Button? Habe ich die Button gelöscht? Shit. Wie ist denn die? Irgendwas mit Team. Warum lösche ich denn Sachen, die ich noch brauche? War manchmal so ein Trottel. Da. Compact und Dark. Ich habe kein History Plugin gerade, nicht? Shit. Ah, jetzt habe ich es mir selbst versaut. Jetzt müssen wir es normal schreiben. Egal. Aber ich habe sonst, ja, wenn man mit Git arbeitet, nicht? Dann kann man sich das einfach wieder zurücksetzen. Ah, ich muss mir Git einrichten. Es führt immer ein zum anderen, nicht? Zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und nochmal zum nächsten. Okay. Siem Auswahl. Und, ähm, Dings müssten wir auch noch einbauen. Äh, Sprachvariablen. Ich hasse es, wenn Text im, im Programm steht. Das ist mir eigentlich fast schon das Wichtigste mit. Und, ähm, dass das wegkommt. Und die Sachen hier, die man definiert, die können wir später noch in, ähm, äh, in eine andere Datei auslagern. Und dann machen wir Key. Ja, lassen wir, lassen wir den auf 1. Und Default. Oh. Was war das? Index. Key. Okay. Okay. So, jetzt aber. Wow. Achso, stimmt. Dark Algorithm. Okay. Gibt er auf jeden Fall aus. Hat nur keine Auswirkung. Immer noch nicht. Aber das ist dann auf jeden Fall reduziert. Ist doch schon mal viel besser. Von der Größe her. Vor allem könnte ich das Ding, das Reset-Seam, wird gar nicht mehr verwendet, nicht? Dann kann es nämlich auch weg, weil das geht jetzt einfach hier drüber, nicht? Das Einzige, was wir sagen müssten. Ungleich. Ungleich. Ah, das ist nicht gut, aber egal. Für, für heute reicht mir das nicht. Dann müsste eigentlich... Ah, ist okay. Eigentlich so. Naja, ungleich. Nein! Mann! Dicke Finger, ich sag's euch. Der Fluch. Wo kommen denn die anderen beiden Button jetzt noch her? Das ist Toggle Dropdown. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Button Group brauchen wir nicht mehr. Das fällt alles schön in sich zusammen. Den Namen der Steam, den nehm ich noch. Okay. Die Folge geht noch nicht. Ja, das ist, weil er ignoriert, wenn's leer ist. Das ist okay. So, aber grundsätzlich werden die Sachen gemacht. Jetzt ist die Frage, und das ist schon 22.34. Warum? Ah ja, und das gibt er ja aus, nicht? Nee, Steam Algorithm gibt da null aus. Obwohl sich das ändert. Äh. 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 Hier dringend kann ich aber auch was anderes machen. Und zwar gar nicht das. Das war ja nur für außen. Wenn man einfach das hier... Äh. App. Ja, das bitte ignorieren, bis wir Typescript in das Projekt mit aufnehmen. ... So. Guck mal. Zum Abschluss des Tages. Okay, war kompakt. Brauchen wir eine Weile. Aber grundsätzlich können wir jetzt das Theme wegsehen. On the fly. Über unseren Button. Mich wundert nur, dass das hier so lange braucht, bis er das... jetzt wieder hinkriegt da muss man auf jeden fall nochmal hingucken und wir können noch nicht zurück aber hey so ist so ein anfang ich meine ich muss immer diese hässliche farbe die ich noch definiert habe rausnehmen die brauchen wir jetzt nicht mehr die habe ich am anfang nur definiert um zu sehen dass da überhaupt was ist nicht und das ding können wir dann morgen auch ersetzen durch die vorlage von der webseite ich glaube morgen machen wir große fortschritte andersen gar nicht so verkehrtes system nicht also macht auf jeden fall spaß weil es einfach funktioniert dann das ist auch echt gut jetzt sieht es sogar halbwegs vernünftig aus schon da machen wir morgen da unsere navigation ordentlich rein nicht dass die da oben ist dann können wir unsere videos laden und dann können wir da wieder unsere sachen drin machen dann haben wir da auf jeden fall den client erstmal sage ich mal ready dass er nicht ganz beschissen aussieht wie vorher und das ist doch schon mal viel wert man das war ein kampf also man sieht aber manche systeme machen sinn manche weniger also viele wirken wie so hey wir haben eine coole idee wir setzen die mal um aber keine ahnung ob die wirklich zu einem ziel führt nicht also gerade dass das mui sei ja nicht schlecht aus aber irgendwie wenn da von den 20 komponenten irgendwie fünf als wir sind da work in progress dann kann man zeit schwer nutzen nicht klar die wichtigsten sachen sind da je nachdem was man braucht kann man zeit anwenden aber ein bisschen was fehlte da einfach noch und end ist seit schon super alt nicht oder lange am markt was das merkt man gibt natürlich viele viele andere nicht ich glaube es gibt bestimmt auch für bootstrap richtig gute sachen die man raus hätte suchen können ich mir ist jetzt ent nur eingefallen weil es halt schon mal benutzt hatte so am rande wir hatten am anfang mal überlegt ob wir das nehmen aber ja der schritt funktionierte immer noch nicht ich wundere mich den ganzen tag schon der bot kriegs einfach nicht hin naja ich schreibe noch mal test ist immer noch offline der die chat ansicht na gut aber wir haben ein design system eingebunden was auch wirklich das team wechseln kann ohne großen aufwand wie ich jetzt fand am ende wir haben ein speichersystem eingebaut also wir haben heute eigentlich so nicht unruhige basics eingebaut mit sehr viel probieren um jetzt daraus was zu formen die nächsten also morgen hoffentlich reicht morgen dafür und dann glaube ich kann das schon wenigstens erst mal für den stream auch nutzbar sein das ding und dann kann man da immer seine sachen rein gebarn vielleicht kann man das sogar noch so aufbereiten dass die sachen aus einer datenbank kommen diese ganzen einstellungen oder aus irgendeiner datenquelle kann ja auch eine datei sein oder so eine jason oder irgendwas dass sich das automatisch speist dass man da nur um konfigurieren muss und gar nicht mehr in den code rein muss vom von der oberfläche das wäre natürlich am besten aber das natürlich immer eine schwierige angelegenheit so was nicht aber wir werden das hinkriegen wir gucken uns das morgen an ich sag erstmal danke für die aufnahme und bis morgen youtube